So, mein Traum. Ist noch ein Video von ihm. Mein Traum. Oh. Oh. Das klingt schon besser jetzt. Grüß euch, Freunde. Ich sitze hier gerade, fresh nach einem Vorstellungsgespräch, auf diesem Stuhl und habe gedacht, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Update. Weil ich aktuell in einer Lebensphase bin, in der ich mich wieder sehr stark damit auseinandersetzen muss, was erwarte ich vom Leben, was sind so meine Ziele, was sind meine Träume, kann ich die erreichen oder muss ich es vielleicht aufgeben. Und ich dachte, man kann ja nicht immer nur seine Wins teilen und hi, 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 ha, ha, gute Laune, sondern man muss auch mal ein bisschen Tacheles reden. Wo hatte Vincent denn ein Vorstellungsgespräch und warum hat der Wichser ihn nicht genommen? Das ist die Frage, die ich stelle. Vielleicht hilft es ja auch, dem einen oder anderen von euch zu sehen, dass alle Menschen strugglen, auch wenn es kein großes Geheimnis ist. Und vielleicht inspiriert und motiviert es euch ja, den Stuff, den ihr macht, weiterzumachen. Und vielleicht fange ich mal ganz offen damit an und das ist ein Punkt, den ich nicht so einfach finde, nach außen zu tragen. Und zwar, was ist eigentlich so mein Traum? Was ist mein großes Ziel? Und ich finde es aus der Perspektive von jemandem, der das noch nicht erreicht hat, immer krass, so etwas nach außen zu tragen, weil es schon irgendwie mein Inneres ist. Das ist das, was mich so ein bisschen antreibt und es wirkt für mich selber. Was möchte Vincent werden? Vincent möchte... Seine eigene Talkshow im TV. Sehr banal und auch ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein, aber ich sage es einfach gerade raus. Okay, wenn es peinlich ist, will er YouTuber werden. Mein Traum war schon immer YouTube-Videos. Gibt nichts peinlicheres, als YouTuber zu werden, sage ich doch. Ich bin mit dieser Plattform aufgewachsen. Ich habe das beobachtet und konsumiert von Anfang an, als das wirklich eher Shitposting war und die Leute hier einfach ihren Kram gemacht haben. Gronkh, Coldmirror, LeFloid, White Titty, die ganz early Inscrope Days. Und ich habe das immer beobachtet, gesehen, wie das langsam gewachsen ist, wie das eine Plattform geworden ist, wo die Leute dann auch angefangen haben, ihr Geld zu verdienen. Und irgendwann oder mittlerweile, das ja nicht mehr nur daraus besteht, einfach Videos zu drehen und Content zu produzieren und damit Geld zu verdienen, sondern ja auch die Möglichkeit bietet für die Leute, die hier aktiv... Vincent will Winzer werden. Boah, da wird aber auch wirklich ganz tief in der Sprachkiste gegriffen. Also ganz, ganz tief. Tief sind eigene Projekte zu starten. Vincent will Winzer werden. Und sich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise selbst zu verwirklichen. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze und euch sage, wie es ist, und zwar, dass mein Traum schon immer war, YouTube-Videos zu drehen, dann weiß ich nicht, wie ich mich da als 28-jähriger Typ hier vor der Kamera mitfühlen soll. Auf der einen Seite finde ich es richtig gut, weil das ist das, was ich fühle, das ist das, was ich will. Es ist de facto so, dass das mein Traum ist, dass ich gerne so das als Arbeit bezeichnen könnte und das in einem Ausmaß mache, dass sich das auch für mich rentiert. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch irgendwie so ein bisschen cringe, weil... Absolut, ich fühle ihn da. Keine Ahnung, man, ihr wisst ja, die Stigmata, die da auch dranhängen, was sind eigentlich YouTuber, dass ich jetzt hier sitze und mein Geltungsbedürfnis nach außen trage, ist ja auch alles scheißegal. Das ist so ein bisschen so das, was in mir vorgeht und de facto mache ich das. Ich sitze hier, ich quatsche mit euch, ich drehe YouTube-Videos. Vor drei Jahren hat Willi mir diese Tür geöffnet, hat gesagt, komm, wir machen das zusammen und bis jetzt haben wir das auch zusammen gemacht und werden es auch in Zukunft weiter zusammen machen. So viel sei schon mal vorweggenommen. Aber es wurde nie dieser Punkt erreicht, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt das, was ich machen kann. Ich musste oder muss mir immer so eine Rückfallebene noch offen halten, muss immer nebenbei noch andere Sachen machen und das ist auch okay. Und ich habe versucht, da rauszukommen und das hat mich geschafft und das muss ich wieder drei Schritte zurück machen. Aber das ändert nichts daran, dass ich das will und dass ich da unglaublich Lust drauf habe. Alter, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Hallo Herr Stay, wir haben im letzten Upload festgestellt, dass die Soundqualität einfach nur zum Kotzen ist. Wir werden das Video deswegen nicht auf unserer Plattform hochladen, ihr YouTube-Team. Digga, was? Ich habe noch gar nichts hochgeladen. Vincent will holländischer Sternekoch werden, er nennt sich dann Vincent van Gogh. Ey, jetzt reiß dich doch mal zusammen jetzt hier. Ey, sowas passiert. Menschen machen Fehler und ich bin auch nicht mit allen Wassern gewascht. Weißt du, so ist es. Wenn ich jetzt davon rede, dass ich gerne YouTuber sein möchte, dann meine ich damit nicht, dass ich reich werden will. Ich brauche nicht viel Cash. Ich will meine Miete zahlen und was zu fressen auf dem Tisch haben und dann ist es auch in Ordnung. Und vor allem, und das ist das, was mir am wichtigsten ist, will ich diese Freiheit haben, die einem YouTube gibt. Die Freiheit, eigene Projekte zu planen und umzusetzen, Videos zu drehen, auf die ich Bock habe, euch zu unterhalten. Mit den hässlichen Geschichten, die ich erzähle, weil mir macht es Spaß. Ich bin ein Clown. Ich war ein Clown schon immer und ich werde auch immer ein Clown sein. Ich bin ein komischer, extrovertierter Typ, der ein bisschen übermäßigen Geltungsdrang hat. Die perfekte Voraussetzung, um YouTuber zu werden. Das ist geil. Das ist genau das Brauch YouTube. Das ist mein Ding. Ich gehöre hier hin. Das ist es einfach. Und mir macht es unglaublich viel Spaß. Und ich bin, auch das muss ich nochmal sagen, unfassbar dankbar dafür, dass jetzt gerade mit dem neuen Channel die Videos so gut geklickt werden. Und das gibt mir Hoffnung und Vertrauen da rein, dass das Potenzial hat und ich vielleicht irgendwann an den Punkt komme, diesen Traum zu erreichen. Es gibt noch, also so wie ich das verstanden habe, gibt es noch einen anderen Kanal, den die irgendwie, der irgendwie mit seinem Kollegen hat. Und ich habe gehört, das ist Willi. Es handelt sich hier aber sicherlich nicht um SS-Willi, oder? Wieso sehe ich Justin und Steyn einer Person? Lol, jetzt sehe ich es auch. Und eine andere Komponente an YouTube, die ich so geil finde, ist, dass du dir ja eine kleine Bühne schaffst, mit der du Sachen machen kannst. Und eine weitere Sache, die wir gemacht haben, war vor einem halben Jahr zu sagen, wir gründen eine Marke. Und das war auch der Initiator dafür, zu sagen, komm, ich gehe jetzt all in. Scheiß drauf. Ich gehe raus aus der Erwerbstätigkeit. Ich habe mir jetzt meine kleine Bühne zusammengebaut. Und auf der mache ich jetzt meine kleinen dummen Kunststückchen und hoffe, dass ich da am Ende genug Geld mit verdiene. Und wir haben das Projekt gelauncht. Und das war erfolgreich. Das war sehr erfolgreich. Warum denn sonst wäre Prozess mit SS geschrieben? Es muss halt irgendwie auch noch zu erkennen sein, dass es aus Ostdeutschland kommt. Ich verstehe das. Irgendwie braucht man auch so eine Recon. Man muss es auch so ein bisschen in Wiedererkennung sehen. Oh, fuck. Wir haben den Punkt gekommen, dass wir alle unsere Kohle wieder rausholen konnten und keinen Minus damit gemacht haben. Das ist, glaube ich, mehr, als man erwarten kann. Mit einem Klamotten-Startup, was in Zeiten von Inflation und Krieg und einem sehr gesättigten Markt an den Start geht. Aber meine sehr naive Erwartungshaltung war eine andere. Und das ist, glaube ich, das, was am schmerzhaftesten war für mich, dass ich sehen musste, dass dieses Projekt, was ich da gestartet habe und die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, dass ich an so einen Skill-Cap gestoßen bin und das zu Teilen jenseits meiner aktuellen Fähigkeiten liegt. Das sind so viele Sachen, die ich noch lernen muss. So viel, was da auf mich zukommt. Und ich habe mich einfach verschätzt. Ich habe gedacht, das ist easy. Mein Ego, ich mache das, sechs, sieben Jahre Berufserfahrung im Marketing. Ich habe hier einen ganz schönen Gründer-Freundeskreis und so. Das wird schon alles, das kriege ich auch irgendwie hin. Und es hat ja auch einigermaßen funktioniert, aber eben nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich zwei sehr große Träume habe, die ich nicht aufgeben will, wo ich gerne weiter daran arbeiten wollen würde, aber auf der anderen Seite diese Träume auch im Rahmen meiner Lebensrealität platzieren muss. Ich muss Miete zahlen, mich sozial versichern und diesen ganzen anderen Kram, der da halt so auf einen zukommt. Und dementsprechend heißt es für mich, nachdem ich vor einem Dreivierteljahr gesagt habe, ich bin raus und bin jetzt selbstständig. Bist du wieder zurück? Zurück in die Ewerbstätigkeit. Oh, krass. Ich muss mir einen Job suchen und wieder arbeiten gehen. Oh, bye. Um ehrlich zu sein, fühlt sich das für mich schon ein bisschen nach einer Niederlage an. Das ist halt einfach eine Hard-to-Swallow-Pill, dass ich jetzt hier sitze und sage, ich habe ein Projekt gestartet und ich habe mich damit übernommen und überschätzt und das hat einfach nicht so funktioniert. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey, irgendwie ist es auch geil. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat so dieser erneute Low-Point, an dem ich angekommen bin, auch was Positives. Ich habe es gemacht, ich habe was gestartet, ich bin unglaublich stolz drauf. Jetzt hier auch mit dem neuen Kanal, wo ich euch hier gerade so bedeutungsschwanger voll sabbel. Das ist ja auch so eine Sache, wo ich sage, geil, jetzt habe ich hier meinen eigenen kleinen YouTube-Channel, der parallel zu Willi und Vincent noch so ein bisschen läuft, kann da so meinen Kram machen. Und das ist ja auch schon mal was, das ist ja auch schon mal viel wert. Und let's get it. Die Zukunft wird es zeigen, das ist okay. Es gab ein paar Schritte zurück und die nächsten Schritte, die erfolgen, die werden alle wieder nach vorne sein. Und so ist das Leben. Man kann nicht immer nur gewinnen, irgendwann kommt der Punkt, wo man auch mal wieder auf die Schnauze fliegt und dann muss man sich wieder aufrappeln und sagen, man macht weiter. Und Gott bless, ist es nicht das erste Mal in meinem Leben, dass mir das passiert. Und ich habe die Zuversicht und das Urvertrauen in mich selbst und die Leute um mich rum und auch in euch, dass das alles was wird. Und weil ich jetzt gerade gesagt habe, auch in euch, und das soll jetzt nicht so cheesy klingen, aber ich meine es komplett ernst, vielen Dank, dass ihr euch die Videos reinballert, dass die so gut bei euch ankommen. Und dafür, dass es ein neuer Kanal ist, finde ich das schon wirklich crazy zu sehen. Das ehrt mich sehr und das ist das, was mich leben lässt. Also es gibt mir richtig viel Energie, Motivation und Kraft, dass ich irgendwie sehe, geil, ich mache jetzt hier was und die Leute ziehen sich das am Ende rein. Das finde ich richtig nice. Man könnte jetzt sagen, er kommt aus Ostdeutschland, er kennt sich mit Scheitern aus. Das wäre aber gemein, aber irgendwo auch warm. Trotz an euch, ich bin gespannt, wo mich mein Leben noch hinführen wird, ob ich meine Träume und Ziele irgendwann erreiche. Jetzt habe ich es gesagt, vielleicht wird es auch alles nichts und dann ist es okay. Dann sitze ich halt irgendwann wieder im Büro und mache da mein Kram, dann soll es halt so sein. Aber ich will es auf jeden Fall versuchen und freue mich über jeden, der mich auf meinem Weg begleitet. Ich kann euch gerne immer mal so kleine Updates geben, wie es so läuft. Aktuell bin ich, wie gesagt, in meiner Orientierungs- und Neuerschaffungsphase, nachdem ich die letzten Monate ganz schön gehambelt wurde, mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Ist okay, ist auch schön. Und auch an euch natürlich viel Kraft bei euren Projekten. Das ist halt so. Manchmal fühlt es sich so an, als würde es nicht laufen und dann fliegt man auf die Fresse. Aber dann geht es auch wieder weiter. Wichtig ist einfach nur, Sachen zu machen und vielleicht kommt früher oder später der Tag, an dem sich das auszahlt. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es nicht. Wir werden es alle erfahren und sehen. Und allein dafür lohnt es sich schon, das zu machen und weiter zu grinden. Tja, das war mein semi-sentimentaler Talk hier. Kompletten Stahlkampf. Ich habe gerade bekommen. Ey, ich habe nichts mehr zu sagen. Du musst so kurz drüber nachdenken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So. Ja. Also. Jungs. Hier ist der Link zu dem Kanal. Ich finde Vincent sehr sympathisch. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich hoffe, er bekommt das hin, was er hinkommen will. Hinbekommen, hinbekommen, wenn man will. Alles Gute geht raus an meinen Cousin, Vincent. Abonniert den Kanal, wenn ihr den auch so sympathisch fandt wie ich. Und wenn nicht, dann seid ihr Arschlöcher. Genau. Aber da muss es ja auch welche von geben. Deswegen soll das dem Cousin nicht im Wege stehen. Muss man auch sagen. Soll dem Cousin nicht im Wege stehen. Überall. not. Vielen Dank.